ja und somit herzlich willkommen zurück zu wieder eine sicht in die vergangenheit ich glaube das wars ja eine rückblende genau es tut mir echt leid dass die letzten folgen so ziemlich beschissen sind und ich einfach nicht weiterkomme weil ich einfach nichts finde abgeschlossen bringt ja gar nichts ich weiss immer noch nicht was es mit diesen rückblenden hier zu tun hat heilige bim bam so ich komme da gar nicht mehr raus doch komm wieder raus ich würde erstmal die tür unten aufschliessen dann gehen wir vielleicht hier weiter müssen wir wahrscheinlich auch sogar was ein taser okay interesting hilft denn uns dabei diese metallkugel weg zu wämsen wämsen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Quetsch dich da durch. Okay, aber hier können wir noch nichts machen. Okay, aber hier können wir noch nichts machen. Alter! Okay, jetzt können wir diese ganzen Dinge wegmachen. Dann gehen wir nochmal zurück. Okay, da geht es nicht lang. Darum haben wir sonst alles. Da wird es noch hoch gehen. Okay, das geht einfach wieder zurück. Wow. Dann gehen wir nichts. Dann geht es da runter. Okay. 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 Jetzt müssen wir eigentlich wieder grösser werden. Okay. 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 auch nicht. Okay. 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 Wait. Oh ja. Okay. 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 Das nächste öffnen. Dann hole ich wieder ein bisschen Futter. Okay. Jetzt geht's zumindest wieder ein bisschen voran. Das zweite Teil auf ***. Er ist gut, wo wir hier sind. sieht mir ehrlich gesagt nichts so aus. Ähm. Das war ja mal ist. Was ist das hier? Nichts. Die Stache sind ziemlich cool. Wenn man genug Power hat. Okay, warte. Fuck! Ja, gut. Wir müssen den jetzt prompten. So, ja. Falsch. Wir müssen da oben den Schalter betätigen und dann hier den Schalter betätigen. Wir müssen da oben den Schalter betätigen. Das ist ein bisschen. Um, nein, warte. Hä? So, wir müssen jetzt wieder von ganz unten kommen. Irgendwie. Aber es geht ja gar nicht. Oh, nee. Oh, nee. Das ist jetzt... Was ist das jetzt wieder? Ähh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh. Hä, kommen wir gar nicht mehr zurück? Ist das jetzt wieder so ein Rätsel wo ich irgendwie auf dem Schlauch stehe? Also wir kommen hier nicht mehr weg gerade wenn ich das richtig sehe. Eigentlich gibt es für uns nur diesen einen Weg. Aber wir kommen leider nicht hin. Ähm. Hä? Wie soll das gehen? Wir müssen eigentlich hier unten lang durch. Aber um da durchzukommen. Oh mein Gott ich bin wie. Ich glaube es ist langsam ein bisschen zu spät für so ein Spiel wo man so überlegen muss. Also wir müssen eigentlich hier unten drin sein. Damit wir hier rüber können. Um dann da durchzukommen. Aber wie soll das gehen? Hä? 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 Vor allem sind wir ja jetzt einfach hier eingesperrt. Ich komme hier nicht mehr weg. Gar nicht mehr. Bis wir dieses Rätsel hier gelöst haben. Was äh ja lange dauern kann. Hier kommen wir auch nicht weg. Biomasse platzieren. Bringt mir gar nichts. Da geht's nicht rein in die Tür ne. Geht's nirgends hinein. Ja. How the hell. Wisst ihr was? Ich mache hier für heute Schluss. Ähm. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Carol. Und äh. Wir sehen uns nächstes Mal wieder vielleicht äh. Also wir sind ja eigentlich wahrscheinlich sehr kurz vor dem Ziel. Ähm. Wie es so weiter geht. Ehrlich gesagt keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwie zu wenig Biomasse um das hier weiter zu bringen oder? Was ist los? Ich check's nicht. Egal. Bis zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.